Openair Frauenfeld, Tag 3. Let's go! Wie immer Kaffee im Gipfel und dann war Shower Time. Es war wieder richtig heiss, ich habe im Glamping-Bereich wieder chillt und ich habe noch gegessen. Und dann habe ich meine Kollegin endlich gesehen und dann schauen, wo ich gelandet bin. Loco und Rini haben den Hero rausgebracht und dann kurz den Schmidt gesehen. Einfach Pause und Summer Jam im Mix rumgeklaut. So geil! Wir sind noch etwas rumgelaufen und dann haben wir den Storm gesehen. Zum Schluss haben wir ein wenig gefeiert. Wir waren zuerst Rhapsody und Ella Fabrik. Und that's it! Bis nächstes Jahr, Fraufeld!